5 Tage ohne Internet! Yo Leute, hier sind eure Lieblingsstüge John und Bauer von den Nooktown Monkeys. Wie ihr sicherlich wisst, waren wir vor kurzem in Norwegen und dort hatten wir ein kleines Problem und zwar hatten wir dort kein Internet. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dieses Video hier zu drehen. Wir leben schon so lange mit dem Internet und die meisten von uns haben sich schon so sehr daran gewöhnt, dass die ohne gar nicht mehr leben können. Tu's nicht. Mein Herz! Und jetzt zeigen wir euch ein paar Beispiele, wie es für diejenigen wäre ohne Internet in der Wildnis zu leben. Alles aus eigener Erfahrung, wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen! Mit Freunden kommunizieren! Ohne Internet! Hm, Natur. So schön hier. Was denkst du eigentlich über Gott und Minecraft? Es ist nicht so... Tweeten! 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 Personen folgen Ohne Internet Auf der Toilette Und jetzt ohne Internet Instagram Ohne Internet YouTube Was ist das denn mit einer Kacke? Ohne Internet Uuuuuh Jaaaa Was geht ab? Wir hoffen euch hat das Video gefallen Wenn ja, dann vergesst nicht diesen Channel zu abonnieren Lasst uns ein Like da Und was würdet ihr tun, wenn ihr fünf Tage lang kein Internet hättet? Schreibt es doch mal in die Kommentare Genau, Norwegen war auf jeden Fall mega cool Dafür ein Danke an Jan Rohde, an Dima, an June und an June dafür, dass sie uns das ermöglicht haben Und Danke an Tenten Coffee dafür, dass wir dort die City-Szenen drehen dürfen Und ansonsten Falls ihr unsere letzten Videos noch nicht gesehen habt Checkt diese auf jeden Fall ab Und wir sehen uns nächste Woche Bis zum nächsten Mal